In der Suchmaschine sucht ihr nach dem Bayern Cloud Schule, klickt dann auf Messenger, ihr müsst diesen 4-Wort-Schlüssel eingeben, ihr könnt auch einen neuen setzen, wenn ihr den vergessen habt und dann den aber euch merken und weiter geht's, ihr seid drin und auf dieses Zahnrad hier klicken und wenn ihr da geklickt habt, auf die drei Punkte da klicken und wenn ihr das gemacht habt, auf die Sicherheit klicken und wenn ihr das gemacht habt, hier Häkchen setzen, alles auswählen und abmelden, das ist die Idee, da gibt es auch hier den Knopf, alles auswählen und dann eben auf abmelden, dann geht es weiter, also auswählen, hier habe ich es ausgewählt, abgemeldet und danach aufs Profil klicken und nochmal sich hier abmelden, dass man komplett abgemeldet ist, sich neu anmeldet und wenn man das gemacht hat, kann man sich wieder neu anmelden und das Interessante, weiß nicht warum, ist, also wieder neu anmelden, wieder rein in den Messenger, wieder den 4-Volt-Schlüssel geben und so weiter und dann nochmal abmelden, bevor man irgendwo am Handy irgendwas macht, nochmal abmelden, nochmal anmelden, das steht so in der Anleitung, ich verstehe es nicht, aber es wird schon irgendeinen Grund haben, bin ja kein Techniker und dann sollten theoretisch die Verschlüsselungen laufen und ich empfehle am Rechner, sich diesen Desktop-Client runterzuladen und das nicht im Browser zu machen, dieser Client ist normalerweise robuster als die Browser-Version, ich habe den Link von diesem Client, den habe ich in die Beschreibungen von dem Video runter, jawohl. Vielen Dank.